Der Gasaustausch. Rote Blutkörperchen transportieren den verbrauchten Sauerstoff CO2 zu den Lungenbläschen. Wenn man einatmet, kommt Sauerstoff O2 in die Lungenbläschen. Die Blutkörperchen tauschen das CO2 gegen O2 aus. Dies geschieht mehrere Male bei einmal einatmen. Die Blutkörperchen bringen den Sauerstoff zu den Zellen und Organen. Beim Ausatmen stoßen wir das ausgetauschte CO2 aus. Das wiederholt sich ununterbrochen. Bei uns nimmt dieser Ablauf jedoch ein Ende. Nochmals in Kürze. Die Blutkörperchen tauschen CO2 gegen O2 aus. Dies geschieht beim Ein- und Ausatmen. Dieser Vorgang ist lebenswichtig. Das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit.